Herzlich Willkommen zum letzten Video der Videoreihe zur ersten Woche und wir beenden das Programm für die heutige Woche mit der Bild Pipeline. Das Schöne ist, GitLab liefert uns eine komplett und sehr gut funktionierende Bild Pipeline mit einem ziemlich ausgefuchsten Runner-Konzept im Hintergrund, sodass man eigentlich mit jeder beliebigen Programmiersprache auf annähernd einem beliebigen Betriebssystem alles automatisch übersetzen kann. Wir machen nur einen ganz einfachen Fall. Wir wollen jetzt ja, dass unsere Hello World Software von GitLab zentral übersetzt wird und da möchte ich Ihnen jetzt gern zeigen, wie das geht und dafür wechseln wir jetzt erstmal ins GitLab. Hier sind wir im GitLab angekommen, wieder in meinem Programm und jetzt versuchen wir eine Bild Pipeline zu machen. Wozu brauchen Sie eine Bild Pipeline? Vielleicht das ganz kurz vorweg. Wenn Sie im Team arbeiten, arbeitet hier jeder unabhängig voneinander. Jeder kommittet seine Änderungen und Sie haben eigentlich keine Garantie, dass die Änderungen zusammenpassen. Also brauchen Sie einen zentralen Prozess, der immer wieder übersetzt und bildet. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist noch, Sie wollen vielleicht automatisierte Qualitätssicherung machen. Auch da ist es besser, dass wenn diese Qualitätssicherung so was wie statische Code-Analyse und Ablauf der Units außerhalb von den Entwicklern Maschinen stattfindet. Dritter Punkt ist noch, Sie wollen wahrscheinlich irgendwann automatisiert oder teilautomatisiert deployen. Zum Beispiel das Ergebnis des Bild, also des Übersetzungsprozesses, ein Docker-Container ist, den man sich nachher aus einer Registry laden kann. Also all das sind Sachen, die zentral laufen müssen, nicht lokal laufen können. Sie wollen ja unabhängig sein von dem lokalen Entwickler und Busfaktor größer als eins haben und deswegen machen wir es hier zentral. Sie sehen hier schon, GitLab bietet eine schöne Unterstützung für CI-CD und da müssen wir uns jetzt nur noch mit den entsprechenden Waffen versorgen, dass das geht und das entsprechend installieren. Ich mache das hier mal wieder im GitLab selber. Man kann die Dateien natürlich auch lokal erzeugen. Das ist ja hier mal wieder Plus im Hauptverzeichnis. New File und da hätte ich jetzt gerne ein Template. Das ist .gitlab.ci.yml. Ich baue Ihnen die Datei jetzt mal Schritt für Schritt zusammen, um so ein bisschen zu erklären, was darin passiert. Was wir brauchen ist, wir haben meistens einen mehrschrittigen Übersetzungsprozess und deswegen muss ich den hier ankündigen. Ich sage jetzt hier Stages. Das ist sozusagen immer das Haupt. Da kündige ich an, welche wie viele Stufen es gibt und dann sage ich, ich hätte gerne eine Stage, die nennen wir mal Bild und eine zweite Stage hätte ich gerne noch die Test heißt. So, das heißt, was wir jetzt angekündigt haben, jetzt haben wir gesagt, unser Bildprozess läuft in zwei Stufen ab, ein Bild und ein Testprozess. So, als nächstes muss ich jetzt erzählen, was soll denn bei Bild und bei Test passieren. Das heißt, ich mache jetzt hier mal eine Abteilung, auf die Stelle nenne ich Bild Java und das Ding nenne ich dann Stage Bild und weiter unten Test Java und die Stage Test. Jetzt habe ich also zwei Elemente, wo ich jeweils sagen kann, was in diesem Bildschritt passieren soll. Ich habe hier gesagt Stages Bild und Stages Test und das heißt, die Sachen werden jetzt sequentiell nacheinander ausgeführt. So, was kann ich jetzt noch sagen? Das ist eigentlich ganz genial gemacht bei IntelliJ, äh, bei GitLab. Ich kann jetzt hier sagen, auf welchem Docker-Image das laufen soll. Das heißt, das kann ich mir überlegen, ähm, wie soll, auf welchen Compiler brauche ich, welchen Compiler brauche ich, welches Bildskript brauche ich und so weiter. Das heißt, jetzt googeln wir mal kurz. Wir hätten jetzt gerne Gradle und Docker und kommen hier, wenn ich da mal gucke bei Gradle-Docker-Hub, da hatte ich ja verfügt, dass wir Gradle mit dem JDK 11 nehmen wollten. So, das heißt, äh, wir verwenden Gradle 6.8.3. Wie heißt das gute Stück? 683 JDK 11. So, was soll der tun, äh, wenn der übersetzt? Script. Da kann man jetzt hier einfach so mit Spiegelstrichen dann sagen, was er machen soll. Vielleicht sagen wir, das sind einfach jetzt Unix Shell-Kommandos, ähm, denn unter diesem Gradle JDK steckt ein Ubuntu-Linux drunter. Äh, das heißt, ich sage jetzt hier Echo, ähm, Compiling, und dann sage ich jetzt nächstes minus Gradle, ähm, Bild vielleicht, das ist ja der Bildskript. Also Bild macht noch ein bisschen mehr, als wir nicht brauchen, aber lassen wir es mal ruhig dabei. So, und was wir dann noch brauchen, ähm, jetzt, äh, der Bildprozess, der erzeugt eine JAR-Datei. Wenn wir jetzt nichts machen, ist die JAR-Datei nach dem Bildschritt weg. Grund ist, ähm, der, äh, Bildprozess in GitLab startet eventuell so ein Runner auf einer anderen Maschine und kopiert dann die Daten, die er braucht, dahin und checkt sich das ganze Repository da hinaus und das Bildergebnis, wenn wir da nichts tun, bleibt auf der anderen Maschine und wird dann irgendwann gelöscht. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen hier noch Artifacts. Und dann sagen wir, was wir übrig behalten wollen. Und da wollen wir die, äh, Datei haben, Bild-Lips-Sternpunkt-JAR. Ähm, 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 wir wollen die Artifacts in Bild-Lips-JAR haben, das müssen wir dem jetzt noch genau sagen, Paths, und das bitte Bild-Lips-JAR. So. Und was man dann noch sagen kann, sonst, äh, wird das Ding zu voll, ähm, man kann hier noch sagen, Expires in one week. Expire in one week. So. Das müsste jetzt erstmal funktionieren und das probieren wir jetzt erstmal aus. Das heißt, ich lösche mal die zweite Stage und wir, wir machen das mal mit einer Stage und gucken mal nach, ob das alles so funktioniert hat. Ähm, es ist ein relativ starkes Gebastel, wenn es nicht funktioniert, ähm, dass man das zum Laufen kriegt. Ähm, also da haben sich einige Studenten schon, schon einige Tage mit beschäftigen müssen. Jetzt hoffen wir mal, äh, dass das, äh, auf Anhieb geht. Das werden wir auch gleich sehen, ob es auf Anhieb geht. Das heißt, jetzt habe ich hier die Datei mal committed auf den Master-Branch, wenn das der Fall ist und wir Glück haben allerdings nur, ähm, können wir jetzt hier bei CICD mal klicken. Ich habe hier schon ein paar Experimente gemacht, also ignorieren Sie das hier unten mal. Ähm, die Sache bin ich, auf die schnell ich losgeworden. Jetzt sehen wir hier Running. Ich klicke hier mal drauf auf das Running. Das heißt, jetzt haben wir hier Build.java als Bildschritt in unserem, ähm, bei unserem Commit-Build-Add-New-File und jetzt können wir hier reinklicken bei Build.java und jetzt sehen wir hier, äh, was er gemacht hat. Running GitLab Runner 12.4.1, ähm, das heißt, das, das haben die Leute konfiguriert, die, ähm, das GitLab hier aufgesetzt haben. Ähm, dann hat er hier den Docker-Container, äh, geladen, gradle-683-jdk11, ähm, und dann hat er hier das Repository ausgecheckt natürlich und hat dann hier geschrieben, Echo-Compiling, hat er Compiling geschrieben, gradle-Build, das waren all die Schritte, die ich in dem Skript geschrieben habe. Er sagt jetzt hier, das hier ist sozusagen der ganze Ablauf, den das Gradle gemacht hat, Task-Build und so weiter und, ähm, ähm, äh, hier sehen Sie Uploading Artifacts, äh, das heißt, äh, die Sachen, äh, also eventuell hat der Bild auf einer anderen Maschine stattgefunden und jetzt sichert er alles, was ich unter Artifacts weggesichert habe, ähm, ähm, da wieder zurück auf das, auf die Hauptmaschine. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ähm, ähm, schauen wir hier bei CI-CD rein. Jetzt können wir nämlich einfach das Bildergebnis hier runterladen, Download-Artefakt, öffnen mit, äh, Windows Explorer, machen wir das mal kurz, und mit etwas Glück haben wir da das Bildverzeichnis, Lips, und da ist unsere Studienarbeit 1.0, Snapshot.jar. Das können wir jetzt auspacken und, äh, das Ding laufen lassen, das erspare ich Ihnen jetzt aber mal, äh, das ist jetzt, äh, da ist der, da ist ja immer der sittliche Nährwert jetzt nicht ganz so hoch, äh, äh, also das heißt, jetzt haben Sie hier gesehen, wie ich eine Bild-Pipeline gemacht habe mit einer Stufe und jetzt machen wir eine zweite noch dazu, ähm, und das machen wir auch zentral. Project Overview wieder. Ich klicke hier die GitLab CI.yaml an, das kann ich einfach so herumeditieren da drin, das machen wir jetzt mal, Edit. So, jetzt mache ich hier eine zweite Stage dazu, Test, und, ähm, da mache ich jetzt einfach eine, ähm, eine Kopie. Ich hoffe mal, dass das so einfach funktioniert, wie ich das, hoffe das nicht Test, Test.java. Und, ähm, was ich jetzt überlegen könnte, ähm, Stage heißt Test, ähm, Echo Testing, Artefacts haben wir schon, die brauchen wir nicht. Jetzt kann man überlegen, naja, ähm, was wollen wir denn jetzt? Jetzt wollen wir, ähm, mein, das supertolle Programm ausprobieren, dann wäre es vielleicht geschickt, nicht das gesamte JDK in der Laufzeit zu haben, sondern vielleicht nur eine Java Runtime, äh, und einen Gradle brauchen wir eigentlich auch nicht, äh, um es zu testen, sondern was ich gerne machen würde, ist eigentlich, äh, dass ich einfach nur dieses Fat Jar laufen lasse und gucke, ob Halo World rauskommt. Und das bauen wir jetzt mal um, also, das heißt, erst mal hätte ich gerne, dass das Fat Jar ausgeführt wird, das heißt, ich sehe ja oben, wo es, wo es liegt, cd.bild.lips, und dann hätte ich gerne das ausgeführt, dann sage ich hier, Java minus Jar, und schreibe dann rein, wie die Jar-Datei heißen soll, das ist mir jetzt zu kompliziert zu tippen, und da ich weiß, da ist nur eine Datei drin, dann mache ich das jetzt hier mal so ein bisschen, äh, frecherweise, ähm, mit einem Sternchen, da das nur eine Datei ist, passt es. So, jetzt könnten wir uns aber hier noch überlegen, naja, also, das, wir, eigentlich wäre es vernünftig, ohne JDK zu testen, weil in der Laufzeitumgebung nachher auf unserem Server, wenn es mal einen gibt, oder vielleicht auf unserem Embedded Device, Raspberry Pi oder sowas, haben wir vielleicht auch kein ganzes JDK drauf, einfach einen Platz zu sparen. Und jetzt wäre es natürlich nett zu gucken, vielleicht finden wir von dem JDK, ähm, auch ein Image, was komplett ohne, ähm, was komplett ohne JDK auskommt, sondern einfach eine Java Runtime Environment ist. Schauen wir da mal nach. So, das, was ich jetzt brauche, ist eigentlich nur Docker, JRE, JRE, äh, adopt, adopt, open, JDK, JRE, so, da müsste es ja eigentlich irgendein hübsches Image kommen, für uns, ich mache das hier mal rauf, und, ähm, das heißt, wir sehen hier adopt open JDK, und, äh, das heißt, jetzt müsst ihr hier irgendwo, wo wir das finden, nehmen wir mal die Hotspot Virtual Machine, genau, nehmen wir den. Ähm, ähm, adopt open JDK, 12 JRE, Hotspot, das Ding müsst ihr es eigentlich tun. So, nehmen wir den hier mal, zup, das heißt, jetzt machen wir den ganzen Bildprozess, aber nur mit dem adopt open JDK und nur mit der Java Runtime, das heißt, das ganze andere Zeug ist nicht mehr drin, das heißt, wir stehen hier sicher, dass das, falls das denn so schön funktioniert, wie ich mir das erhoffe, oder, dass der wirklich nur auf einem Java Runtime Environment, äh, arbeitet, und, dass der Rest, äh, äh, sozusagen vom JDK nicht dabei ist. Jetzt schauen wir hier nochmal runter, dass wir das auch dann zum Laufen bringen, komm ich wieder auf Master, ich gebe jetzt hier mal mit der Commit-Nachricht keine besondere Mühe, äh, und jetzt schauen wir nochmal in die Bild-Pipeline, ob das so hübsch funktioniert hat, wie der Professor sich das so erträumt. Jetzt, schau mich hier rein, Running, Bild Java, schau mich hier mal rein, immer so dem beim Bilden auf die Füße schauen, Welcome to J-Cradle 6.8.3, Uploading Artifacts, also das hat funktioniert. Jetzt schauen wir dann mal auf den zweiten Schritt, Test.java, der ist hier schon durchgelaufen, und Sie sehen, was hat der jetzt gemacht, das ist jetzt mal ein selbst gebastelter Test-Skript, ähm, er startet hier GitLab Runner wieder, holt sich das Docker-Image vom Adopt-Open-JDK, das heißt, jetzt haben wir tatsächlich ein anderes Docker-Image darunter, das heißt, das ist jetzt noch das JRE ohne JDK, und, ähm, er spielt jetzt die Bild-Ergebnisse, die wir weggesichert hatten, mit Artifacts hin, das müsst ihr irgendwo, sein Downloading Artifacts vom Bildpunkt Java, genau, ähm, Echo-Testing macht er hier Testing, macht hier Java, da und so weiter, und da kommt unser Hello-World-Programm. Siehe da, die erste Bild-Pipeline läuft, wir haben zwei Stages, und beide sind erfolgreich durchgelaufen, das hat sogar auf Anhieb funktioniert, da freut sich der Professor, juhu, das heißt, schließen wir das also ab, das heißt, was Sie jetzt gesehen haben, ist, wie baue ich eine Bild-Pipeline, ganz, ganz einfacher natürlich, mit Java auf GitLab, ähm, falls Sie eine andere Programmiersprache haben, nehmen Sie halt andere Docker-Images und starten die entsprechenden Bild-Skripte anders, ähm, wir werden, äh, in Java noch weitere Bildschritte ergänzen müssen, ähm, und GitLab stellt selber noch einen ganzen Haufen an nützlichen Bildschritten zur Verfügung, zum Beispiel zum Testen, ob Open-Source-Lizenzen, äh, drin sind, und wenn ja, welche, zum Test auf Sicherheitsverletzungen, und, äh, auch ein paar, ähm, Stages zur statischen Analyse werden angeboten. Das schauen wir uns nochmal an, GitLab lässt das unter der Überschrift, ähm, ähm, Auto-DevOps laufen, äh, wo dann, also wirklich eine sehr, sehr mächtige Bild-Pipeline gestartet wird, aber so, wie gesagt, so ausführlich, machen wir es nicht, ähm, uns geht es hier wirklich um ganz, ganz einfache Bildschritte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und, ähm, weiter geht es nächste Woche.